Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gegen St. Pauli wird das Offensivpuzzle der Schalker wirklich zum großen Problem, denn es bleibt nur noch Marvin Piranger übrig, alle anderen Offensivspieler fallen aus. Gut, das sind ja ohnehin nicht viele, aber neben Simon Terodde werden auch Marius Bülter, der letzte Woche noch gestürmt hat, sowie Daku Czolinov, den Herr Gramoz ist zumindest noch als Alternative für den Doppelsturm angesprochen hat, ausfallen, wie heute auch Sven Piepenbrock und Sarkoten auf der PK vor dem Spiel gegen St. Pauli bestätigte. Damit natürlich auch die große Frage, wer wird denn nun gegen St. Pauli im Sturm spielen? Marvin Piranger scheint auf jeden Fall die erste Option zu sein, aber normalerweise spielt Schalker im 3-5-2. Option 1 ist eben das Zurückgreifen auf die beiden Stürmer, die hochgezogen wurden. Keke Top, ein Sturmtalent, Sophie Rufat-Dadaschow, ein erfahrener Stürmer, wurden aus unserer knappen Schmiede hochgezogen. Der eine aus der zweiten Mannschaft, der andere aus der U19. Da, glaube ich, aber wäre die Startelf noch ein bisschen früh. Deswegen gehe ich nicht davon aus. Option 2 liegt natürlich auf der Hand. Das System umstellen. Marvin Piranger als leinige Sturmspitze im Mittelfeld dann 4 statt 3 Spieler, wodurch dann wohl möglich, wenn Fit, Drexler, Salazar, Palson und Latzer hinter Piringer spielen. Und diese Variante halte ich für durchaus realistisch. Das wäre natürlich etwas defensiver, wäre vielleicht aber für das Spiel morgen gar nicht mal so verkehrt. Denn St. Pauli ist ja ein Team, was sehr, sehr spielstark ist, was ein extrem gutes Mittelfeld mit der Doppelspitze noch dann. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so blöd und vielleicht sogar sinnvoll, etwas defensiver, sich dadurch im Mittelfeld zu präsentieren. Denn viel mehr Alternativen gibt es nicht. Natürlich könnte man auch Drexler, vielleicht sogar auch Idrissi, neben Piringer stellen, sozusagen als Bülter-Ersatz. Aber viel mehr bleibt nicht übrig. Es fallen neun Spieler aus, darunter eben Bülter, Schatkowski, Mikhailov, Cholinov, die ja vielleicht allesamt noch in der Doppelspitze spielen könnten. Und deswegen haben wir da ein kleines Problem. Aber dadurch, dass Latzer wieder fit ist, Palson wird sicherlich für den letzten Flick spielen, hat man eben dann im Mittelfeld einen Spieler mehr. Und ich glaube, das wird die Lösung am Ende sein. Was denkt ihr? Wer wird neben Marvin Piringer spielen, sondern wird vielleicht nicht mal Spiringer spielen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.